herzlich willkommen zu meinem neuen livestream von mir und mit dabei sind heute janis und rocco ja wir spielen heute ein bisschen trüger arena ich bin mir gerade ja ja ich hab's gefeiert ich hab's gefeiert ich hab keinen Bock mehr zu kriegen mit Kohl ich kämpfe ja wohl auch aufwachen jetzt kommt hier eine peipa so eine rotte hat sie nein kommt jemand mit in mein haus was mache ich denn 7 oder 6 erst egal nur habe ich bekommen im führer aber auch gerade gegner die dann habe ich die ehre genommen alter er hat wieder eine pump kann man ich habe auch noch verträge werden scheiße und hat den teckel finden glaube ich aber ja ich musste drüber gewesen sein 6 habe ich mir jetzt eingeholt brocco ja wo er hat nach ein 60er weiß jungen was hat er noch als er hat mir es entschieden er kam schon was will er noch haben ist so es ist der fußball was kann er hat von mir 63 weiß gekriegt alter Habe ich euch die Karte noch? Hm. Mit meinen Sprints glaube ich eher nicht. Oder doch, ich habe es. Hey, Janis, du kriegst halt nur einen Controller, oder? Ja, heute kriege ich nur einen. Wann? Keine Ahnung, wann auf jeden Fall. Nachmittags-Surfensuch. Oh, ist er. Ja, er ist wirklich geschlossen, Junge. Heiß. Das ist da. Oh, noch nicht ist da. Ja. Ja, du bist beide wohl, das geht jetzt. Pro, Digga. Oh, hallo, ja. Aus dem Pumpkin-Schuss. Das war ein Detektor mit rasiert und wie willst. Alter! Oh, mein Schatz. Alter, tschi tschi, Janis. Alter, hast du die außen zernommen, Alter. Junge. Da kommen wieder die Geistes. Ausernommen. Ich hab gesagt, zernommen, Alter. Genomen. Lass nochmal Megamall. Luka, ich kann heute vielleicht da schlafen. Ja. Mach Trio. Ja, okay. Mach Trio. Mach Trio. Ehrenbibi, mega. Da muss Trio machen, Rocco. Oh, du bei mir Ehrenbibi. Ist so. Hauke, stell mal Trio ein, bitte. Bibi macht Ero und du killst sie. Geist jetzt. Nee, der hat deine Meister gesehen. Oh, scheiße, oder? Egal. Ach, ne, das ist so weiter. Guck mir mal zu, Rocco. Ey, Janis, guck mir mal zu. Mach mit's. Mach mit's. Aber wie sind sie eine Jakob Katost. Du brauchst du nicht hin. Ich habe jetzt das sehen, hm. ja bereichern ist und so ich guck grad du kannst ich habe gestern sofort so hat bloß gemacht wie hast du keine ahnung oder ich gucke ich hab ich habe zwei rücken dort und wir ließen wohl an die sind einmal der hat einfach star power ich will auch von deinem mickey star power haben das ist so eine fun star power ja das wenn du heute wunderpflaster gezogen hast ja ja was macht das insgesamt vier das ist die beste star power finde ich ja also die 20 sekunden warten bis der balken voll ist meine dann nur noch so keine ahnung so 1000 leben hast recht so 5000 leben dazu mit schenken war ein guter was erlosen wollen wir haben ja auch braun hei er guckt gerade den zuschauer zu leute und guter da ist ja auch brauche ich brauche ich gerne nehmen vor allem ich habe es nicht so gut ich soll den neuen alter was soll ich ach so du bist du das hast du jonas werner oder was auf jeden jeden jetzt habe ich gedacht mit dem blauen wach hat man es auch lecker wir haben schoß opfer rote trank an ihre genommen auch meist mit auf m grün gekampft heißt er das noch mal war ich habe praktisch gemacht wirst du ja nass er war ein guter du hast wieder eine kampfruppe ich treffe ich habe 85 das war es ja ich weiß ja da auch gerade ein schütte zumal oder feier gekriegt ja wenn man zu scheiße was aber gleich spiel runden ja es ist ja das war noch um einen all war er will gehen nur zur karten rocke so ein konnig wie hier in der meinung links von dir ist ein konnig wer ist meine karte da ist der helft der war doch blem weiß auch noch hält schon verpüßte war es wie saufmengen her von mir glaube jetzt habe ich keine pampen ich hatte glaube noch welche er wird er ja nicht mit ihm bin jetzt die pampen und wo ist meine karte bitteschön in der altkarte naja Ahn wir ja Schrecker. Der ist Level 100 und der season. Der hier der Kornick. Level 100. Jawoll! Mein Gott, was ist das? Wir haben 4 Kills gemacht. 4 Punkte, geil. Was ist? Ich geh jetzt! Ja... ihr werkt ein Tor und drückt mit Röntgen ja trotzdem ein Punkt haben wir nicht bloß gemacht für mich für mich haben wir ganz normal bei mir steht immer noch auf 140 ich habe 1001 ich habe es leider nur 199 aber es ist mir eigentlich egal wir wollen das eh wieder aufwärts von daher guckt Jonas immer noch zu nö 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 ich komme ich mache jetzt auch Schwerpunkten drauf ahhhh nicht geschafft nö 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 über eine Erkenntnis zu selten jetzt nur noch Erlebungen ja auch ja ich hab' eigentlich hätte ich lieber die Frau geholt die Schützerin 10.000 Alter und wo kann ich in deine zwei Häuser oder will zu aber ich hin ich gehe wieder in mein schönes Häuschen wo auch wieder eine graue Piste in eine Grüne meint hat immer nicht von der Pante dann bin ich so krass ich schwöre ich auch ich auch und dann treffe ich fast alles ja ich kann keine Kampferfülle spielen ich kann nur Pante oh Pante ja auch so geht's mir auch Kampferfülle kann ich ohne Spiel Kampferfülle ist mir eigentlich egal die kann ich spielen ich hab 6 Spicks ich hab 6 Spicks ich hab 6 Spicks Mama Wurz muss Karl auf Kewpie zocken ach den füllgeschwindig es ist er eigentlich müsste ein Gegner mitgekommen sein ich man muss ich bin ich bin er hat der erste No-Scope Stell dir vor, du hättest denn noch eingezogen ja eigentlich bist du da noch mitgegangen eingezogen ach Goethe Goethe kam Schrot, Junge, was wollt ihr ich hab' den Trauer Tecker gehabt ich hab' keinen Bock auf die Trommelpamm ich hab' keinen Bock auf die Trommelpamm ich hab' keinen Bock auf die Trommelpamm Gold äh, oh Junge Gold, Gold meine ist Gold, meine äh meine Kampfschutz Gold, so meinte das die Trommelpamm Gold jetzt abwächt' auch mal wegen den Sixpacks ja Luca, du solltest es auch mal kommen ja, was ich tut durch der Dings hier hinten und da komm' ich ja ich hab' auch nochmal Sixpacks ja, aber wir werfen die zusammen ich weiß jetzt einfach ohne uns werfen und ich geh' schon mal langsam in die Zone mit meinem Sprint und ich hab' auch heute Nachmittag, wenn wir einen Mega-Markt haben wird's geil und zu den ganz normalen Kontrollen und schwarzen oder ja, auch mit einem pack denn eigentlich kann man erst mal ich kann erst mal gar nicht spielen weil du musst ich erst mal so einspielen er muss mit dem Kontrollen dann wir haben einmal eine Headshot mit Halbaut wow, die Headshot ein Headshot hat überlegt Janis, komm her, komm her wir machen hier ähm Sixpacks, komm her, Janis hallo, Leute, komm her er trifft mich, Bruder komm Sixpacks Rokko, komm her let go yeah, am Garpack, Mann Achtung mit eben hier im Fenster rein ja, aber ich geh' aber auf Drohne, natürlich einer hat Hit in der Luft ein 36er blauer oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, was von mir ist Blumen, Digga Huber Headshot, Headshot da unten einer richtig slow einer richtig hot slow dieser ähm Skin, der so ein bisschen leuchtet zu weiß der hat einen Headshot und normalen hinten dann nochmal einen weißen Hüt das ist auch richtig slow das ist auch richtig slow wollen wir hin pushen, Leute bei oben aus den unten war welche ich war wecker da hinten hat nochmal jemand weiß komm bitte mal ein Profil ja, guck dir mal ein Profil hin, oder? ja, guck dir meine nebenan, Digga ich hab ja am Kanil ich hab's im Beispiel Kanil ja, lass jetzt lieber weg, weil guck mal ich den Janis an ja, ich hab wenigstens noch ein bisschen auf jeden das ist gut ja Madkit und Choco save für Janis hast du lecker jetzt und ich glaub nicht für dich Choco ja, das wär richtig geil ne, hier sind wir hier oh, hier ist Madkit ja, kommst du mal bitte her ich hol mir das Madkit hier ist der Gegner der eine, die zweites du für Madkit du für Madkit gehören, Puli alles gut, wir halten Pumkan 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 hier euer keine Pumkan liegt noch eine Pumkan Pum Staukripper nice du kannst auch ein bisschen Lut haben ja hier können, Jogi, hier ist oh leu oh oh ich brauche nur ein bisschen Schuss ja, ich brauche Schuss ich brauche Schuss also jetzt habe ich meine Grüne in den Drop Leute, da wollen noch ein Bigness ja, den habe ich gerade ja, den hab ich gerade ich brauche Sturm und Pumpen und bei Sturm habe ich 0 zu nachladen und Pumpen habe ich 1 zum Nachladen rein rein, ach, sorry Robby das wollen wir ne ne ich brauche Sturm und Pumpen wir leben hier die die ich kommt ich ich komment rein und hier und herunter. Uh! Wolfsense, da wollten sie mich holen. Here we go, boys! Here we go! Gibt mir meine Pumpkan-Mun, Janis. Der hat meine SMG-Mun gegeben. Und warum kommen noch welche? Ich hab zwei alle Kills abgestaubt! Hoch hier, hoch hier. Immer noch ein bisschen Sniper-Mun. Ich hab auch nur, aber es ist egal. Erstmal, erst mal. Jetzt erstmal nicht. It's low! Komplett low! Kommt die nur mit dir. Hab' ihn! Hab' ihn! Hab' ihn! Heißt, den mit dem richtigen Wichtigen! Wichtiges Leben! Wichtiges Leben! Na rein mir an! Mann, Leute, es kommt schnell 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 da find ich's ja! Ich komm ins Haus! Nee, er drückt sich Minis! Er drückt sich Minis! Er drückt sich Minis! Ich bin nicht gegönnt. ich habe für mich bloß geholt ein also ich hatte gerade die übel so viele gehalten weil das so viele waren also hier ist ein kontrol und das nein das nicht nur ich bin anders das junge die rieger ist das erste arena jetzt hier gibt film so am kreuzost die leute als städtischen fast eine halbe stunde unter fünf stunden ja und hundert dinge zwei rocke wieder vor mir ist oh mein gott junge gut seiner lieb doch das ist ein mordes mit drei habe gewonnen sehe ich mich aus dieses arsch da hat der tipps jetzt mal es bringt ihn nicht weil er so das so verloren hat 10 jünger die jux liebst und noch ein bisschen was zu spät das macht es die jacke obwohl es geht auch nicht so mit links nicht weiterkommen könnte ich immer mit mein bolt das war ja wohl hier immer die guten alten zeiten das weiß noch um an diesen reisen immer nach welchen mit jungen der wälder war geil ich weiß leute wie viel wird der noch typ schlucken alter er kommt doch beim headshot in der der Fall ist ein Schild wie nach Karlsruhe normalen man lernt mit diesem Scheiß Trommel Schultz um morgen das hat auch alles um auch mit Anfang an aber nicht schlechthin und dies gibt das ist so aber ich war ja eigentlich wenn der Nürnberg das ist so wie den Strang gewernte Kostein und Eichsprecher ob es eine Karte und geht dann zum Bus das Buch ein einziger Sagen alle schrift egal aber nur mal spielen oder weiter das machen die kommen halt üblich die zwei harts ja und ich hab die schlechteste pappt dann was soll ich denn da machen ja trotzdem ich krieg so fett minus ich hab jetzt anders wieder gekriegt ja und wir müssen einfach mal in der schad gehen wo wir ordentlichen loot kriegen und dann rocken wir auch und wo nicht so viele gegner mitkommen ich will mal wieder diese sechs punkte kriegen das ist die top 8 junger wieso bruder ich weiß die mir gerade mit dem klo bruder mach so ist gut da muss nur uns willkommen da da war wenn er war wenn die da wenn die da und die die 9 wird kommt nicht ernst auf mein trock holt in der drittmann aber richtig hart krieg angetriegt was haben wir gleich ein augen machen Ich fahr doch auf den Ding drauf, Mann. Was ist denn das jetzt schon wieder für ne Scheiße, Mann? My life, life. Abonnenten, special over in the, the message on elders, elders, what about, elders, the message on elders, elders, absolute message, null, null, überall null, null, warte mal, wir gehen, nutz Gott. Alter, er hat ein Koninkt. Ich weiß, ich freu ihn den in Oktober, hab ich den Tanz auch, nein. Oko, ihr taucht an Gott und Nacht rüben. Janis, in Oktober hab ich den Tanz auch, ich hab mir jetzt nicht, ob die den haben, ich find den so geil. Als wenn du ihn dann auch hast. I need your love. Ich kriege dann von meiner Mutter das Handy und sieht, dass wenn sie das Handy dann hat, dann nehme ich mir gleich das Fortnite von der G, über mein Account, die drei Runden im Shop und dann... Ich find Iconic Skin ist von sich an nicht grad der schönste Skin, aber er tanz. Galaxy Skin war so fresh, alter. Dann die Pic... Pickel und so. Und so. Und Skin fand ich absolut zu testen, aber die Pickel und der Kleid und so. Ich kann auf meinem Papa, auf meinem Papas Handy im Vorteil ausspielen. Was hat der für eins? Ich hab schon Galaxy S8 oder S9 keine zu vermeiden. Als ob welche Lutzbocken mitkommen, ja. Ach, wirklich so. Das Schneeflockenkleider. Ach. Ich seh ein. Ich seh ein. Das ist ein Schneeflockenkleider. Das sind zwei. Das ist wieder Schneeflockenkleider. Also es sind drei, äh, es ist ein Zweispieger. Kann das gar nicht mehr mit tun. Das haben. Sorry. Nee. Hat die man schon einen Hip gegeben? Nee, ich geb das mal von mir. Ja, ich bin low. Ich bin low. Ich geb ich mal graben. Ich hab ein Mini. Ja, geh mal, ja bitte. Haste? Ach, so gut. Ach so gut. Ach so gut. Hat es? Say you's lot. Ich bist die, ey, ey. Ach so gut. Von open, von open, von open. Ey, ich hab keine Veränderung. Keine Schuss, ja. Deine Schuss, ja. Deine Schuss? Nein, da find ich. Nein, da findes, nein, da findes. Nein, da findes, das ist so ein Ort. ich gebe noch 21 mit einer grauen gegen die mann die mann bilder einmal herrung der nur junger sie geht einfach nur noch mal schreibt in den stream trio und damit sie ja ok 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 die fix die logik nicht Ball. Ja, das hast du schon in Kieranza Schadens gesehen, wie gut ich schreiben kann. Ja. Ja. Ich kann halt richtig grad schreiben, weißt du, wie schwer das ist mit den Schreiben? Das Herz kann man irgendwie klefft machen, aber... Simon. Ich feier Simon, Junge. Oh Gott, der sieht so dumm aus. Nee. Huch! Ich hab grad nen Crow fast nicht geholt, weil er 7 HP hatte. Aber dann hab ich ihm noch den entscheidenden HP gegeben. Der Scheiden-Hit. Der Scheiden-Hit. Naja. 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 Jogga ich kann es jetzt da wollen gar unsere frau ich brauchte nur Sturm und ich hab drei Waffen mit Sturm und hier aber ich hab gesparert das wird meine Tomäkern 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 Müll Tomäkern also ich schaffe mir mal einen leichtesten Sprung also jetzt mal bei dir ist irgendwo einer oder ist der jetzt bei Rokko hier unten hat die Böbel den Lager oder bei der Lager ich brauche nur kleine Munition ich kann nur Lager und kennt mich für die Mannschaft und keine das er kann mir helfen dass man mag er hat jetzt sind Luca ja dringend hat das ist auch ein das zweite sturm hat jemand haben kann man hier eine hälfte hier muss haben hier habe ich jetzt auch nicht mehr ganz sobald keine kamen längst nicht auf der plänen kann machen ich bin komplett drauf und geben nur ein kranata 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 auch ein Kanada eben dort junge Ebenort mit Skopi, Ebenort mit Skopi man ich hab doch mit nichts im Lagerfeuer nur alles gut Luca hast du dich hat von Benz, das ist gar nicht mehr ja hier jetzt als kein Bock mehr, ne? Junge beruhigt euch ich hab euch nicht getan 1 hat HIT 1 hat 27er blau 1 hat kein Töt mehr 1 HITSHOT Alter Brun, Alter, ich bin ein HITSHOT deines Weiß ey er war so low, man jawohl, schön finde ich hol mal meine Karte bitte ja, machen wir und von und von und da und da und das tut meine Karte schnell auch aber reiter er hat mich geholt er hat mich geholt wenn er dich wenn er dich finish, Junge ne, das kriegt er zurück, Alter ja das war ja ja das ist ja ja Aber er hatte mich ja auch erhasen. Es hat so viel passiert! Lukas, Trommel! Egal, ich hab ein ganzes Drehbuch auseinandergenommen. Ist mir egal, egal, ist mir wurscht. Ich hab, Rocco, guck mir mal zu! Guck mir mal zu! Ich hab selber noch runter, warum? Ich hab zwei Pipers. Echt? Ja. Die eine mitzauber und die andere ohne. Mann, dieser Deinemike-Bäcker, leg mich am Puberzienloch. Mann, nee, nee, Deinemike, Alter. Danach nehm ich Deinemike. Oder LOL, mach, genau, LOL, mach... Stopp, Alter, Ehrenmann. Ich bin egal. Ich bin egal. Diese Kalk gekleppt, Mann. Nun, da kommt da so ne Tara. Jetzt hab ich wieder null bekommen. Das heißt jetzt nehm ich mal Tick, Mann. Ich bin egal. Ich bin egal. Ich bin egal. Ich bin egal. Was schenkst du jetzt, Luca? Keine Ahnung. Ich hab gerade irgendwas zu machen. Ist mir egal. Ist mir egal. 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 Na, ich komm. Die neue Saison. Na ja. Mann, die zwei Pipers. Die eine ist los und die andere ist okay. Geh. Mann, die zwei Pipers. Oh, die Scheiße, Alter. Bist kacke. Ja. Nee. Komm. 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 Komm zurück. Komm. Spring mal später raus, bitte. Spring mal später raus. Bist du? Nee. Na gut, der Chang. Nee. Ja, Jan, Jan, Jan. Weißt du, wo du hingehst? Na. Was? Mann, wieder. Ey, warte mal. Tick hab ich doch so laut. Da ist sie bloß 1. Plus 2 sogar. Ich. Ich. Okay. Gute ist, man kann sich hier überall einfach runter evitieren. aber drei waffen dreimal die gleichen dreifach schuss und drei schuss wenigstens smg habe ich jetzt zweimal das spiel waren das alle also waren es nicht alle mir ist einer wer hat eine pump gun ich hab eine trommel pump ok ich geh zu dir laut lukas gesehen ja dann legt nichts glauben bitte ein bock mehr junger warum war das das ist die schützt keine ahnung hallo ich darf schon muss mir jetzt wieder belegen heiße klöpfen ich glaube wir mal schnell dein song gewähren die weg haben hier sogar macht du dich voll mit kloppern wie er den snipe kriegt junge ich schieße einfach mal rein und er kriegt den knie shot scheiße kann man da jetzt so schnell hin der irgendwo einen schnelleren ah ja ich weiß wo er muss noch immer ein auto doch so stehen das steht ein schön auf dem griff bot für mich so dass man zählt und Lambo die und ihr habt ihr schreibt hier ich habe mit da muss den Weg dann ja Kampfer dann aber wo er wo sie ihren Füftbohr Prokoh mal ein paar gestorben geben ich hab üblich müssen wir vor ein Ort über Pampus Sturm und dann nicht nur so als Jünger ich meine geilen vorken nicht jetzt auch geilen hier oben den kugner ein stück hier oben mit luka und da oben bei james dann ist ich habe da noch ein bikini mitgebracht oh ehre mann um erlte es ist immer so seitlich luka das war mein kugler let's go also hier weiter jähriger mit einem kugler machen voll bock irgendwie also hier rein ja ich komme ja wird ab in wind kanal ja schon wind kanal und google auch so geil die falsche richtung ich bin ja innen drin rückgabers macht denn er wollte weil jetzt muss mir eine geile was immer aufs rohner ja ich hab's auch gerade gesehen ein kugler jetzt habe ich ein guter losgelassen mich auch fahrt und kam 1 ich habe es gesehen man ich habe die junge luka ich will ja auch junge mensch alter ja ich darf mir machen müssen wir kommen welche ja lasst sie doch sein ja ich geht auch immer schon mal ganz ehrlich meine solo kommt schnell bitte ich finde ich du kannst du kriegst schuss und mit jünger von umgehen dritt aber dazu muss noch mal diesen mitsagen nein ich war hatten leicht weh doch sagt den wittler kennt den weg so ein gefilter der beide waren nicht vollständig ruhig dich braun bist doch braun oder was oder schwappel und das noch ein lagerfeuer oder so die tanken was für ich habe auch einen in 110er headshot gegeben aber Luca war ja wieder so schlecht es ist um 9 oder keine ahnung kannst du deine belohnung abholen ich setze mal eine runde aus ich komme dann gleich wieder bis gleich ich spiele zu lange du arena bis gleich Ja. Rocco, beste Tanz. Rudy Lamborghini. Ist weit gut in der Arena, Rocco. Seid mir dabei. Bin grad immer runter, sorry. Guckst du mir zu, Rocco? Ich spiel grad Tick in der Arena, ist auch nicht schlecht. Hab schon drei Cubes. Powercore. Äh, Primo. Bruder. So. Gau rein. I'm dead. La 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 la. Ich tu mich. Ration. Ration. Alter Rocco, lass mal wieder hier hin. Wohin? Oh. I'm dead. 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 Rated. I'm dead. Oh, der schloss. Ich hab die erste, die zweite Waffe, die ich hab, ist ne Kampfgruppe. Ist bei dir eine? Ja. Ich hab keine Waffe. Das war's. Das war's so klar. Irgendwer... Irgendwer finish halt wieder mal, wie lost der ist, so ne scheiße Iconic, Mann. Schnell! Oh! Zwei AP. Haha. Hat kein Bock mehr, Bruder. Gib ihm Instant Dead Drop. Jo, lass mir dann bitte den Hut von denen. Ich will nur finishen und tanzen vor ihnen. Weck mir den Viech an. Hä, Mann, der schießt durchs Fenster, Mann! Mach einfach auf, Janis. Den klebst du. Er kann mich nicht finishen, ich bin weit weg. Ich kann den sein Lus haben, weil der... Oh, das Samt kann eben da. Ja, kannst du ruhig haben. Hab schon meine Wahl, zwei Waffen, die ich brauch. Ich hab auch Pumpgangs-Sturmgewehr. Ich würd nur ein bisschen Pumpgang schießen. Und die Granate könnte ich auch mitnehmen. Ich hab nämlich schon eine, genau. Warte kurz, wenn wir es mal hier... Na, Pumpgang, nun hatte der selber nur zwei. Ja, okay, dann da halt. Ja, ich glaub, Luca hat keinen Bock mehr, denn wir... Dich grad noch so gehielt, dann hab ich dich wieder gehielt. Alter, das Bett hat so viel gegeben. Ich hab'n Körper für dich, der richtig lecker ist. Ach du, mit diesem Haus hier irgendwo, ey. Oh, das ist das Metzhaus. Wieso? Hier gibt's so viel Metz, ey. Hier komm'n die den Körper. Ach. Hier, es ist noch welcher Schiff. Ist einer. Ist unten. Oh. Nee! Nee, Digga! Also, der mit Pumpgang, weil dann würd ich die mal nehmen. Boah, Hatschack! Ich bin nur das grüne Schrummgewehr behauptet. Weißt du ein bisschen... Park, hier kommt einer! So, ich lenke ihn ab. Ah, nice. Ja, herrte mit Heck. Hast du ein bisschen Sturm und Pumpen? Ja, Sturm hab ich jetzt. Sturm hab ich jetzt zu pumpen, nur ein bisschen. Frei meine Hälfte. Ja, danke. Wir müssen mit der Kanone abruhen. Gibt's die noch? Gibt's die noch? Noch welche? Wenn's noch nicht alle... ...gelooted haben. Oh, ne, äh, mit Gründer sind. Ich bin auch, wenn ich glaube, ich hab grad ein gehört. Oh, ne. Was ist denn da? Ein Blau-Tech-Pickel? Ne, ne, ne Pfand. Ne Blau-Rommale. mann ich glaube es gibt keine mehr wir müssen jetzt los dennoch kanonenkugeln da lag irgendwo noch mit kannst du mir das mitbringen bitte ich mag hier mal drohne es nicht viel hast du das mit für mich das gefunden oder ich finde es nicht ja okay lauf einfach ich habe verbände ich habe mir noch ein wiki mitgenommen oder ich habe einfach viel geld da gemacht zwei du bist du hast die ehre genommen kommen wir mit der luftröhre in die zone wollen wir mit der luftröhre oder einfach so ja einfach so rein ein bisschen bluten und hier ist einer im bus oder ja ja so ja ja hinter dir hinter dir hinter dir beim bau gesehen mein rock und ein rock wer wird mich auch finden okay fest man hast du ihn ja holst du mich wieder hoch ja da ich bin ich bitte schnell bevor die gegner von dahinten kommt noch einfach ist egal kannst du eh nicht gesnit werden also wenn es so unwahrscheinlich ich ob man hinsichtlich wenn wir noch nicht auf so gut umher hier ist noch ein minis werden kann man hier ich habe mich genug Köln und nicht in den Geschenk ich habe den werden beide können die Führung aus ich meine es noch ob die Wäsche hatten weil ich hab der Wetter jetzt soll ich nur ein paar Einzelneid wieder mein erstes Lagerfeuer ja nicht lassen das noch werden Jannes, komm her. Stell her, Jannes, wir versauen. Kommst du, Jannes? Schnell, Lacken. Mach schon, Mann, mach schon, Mann. Versuch mal da unten einzuholen, die sind lost, also nicht lost, aber die stehen so gut wie nur rum. Ich hab keine Snipe da. Ach, fuck. Und nimm mal Eier, genau. 20er? Genau. Mal zwei Airstrikes geworben. Ich hab die Wann hochbefehlen. Hallibar. Ja, gehst du mir nochmal n'hütten an. Ich geh einfach so, Junge. Ja, einfach Throne gehen, komm, wo ist die Throne? Ach, du heiliger Mann, Harmonika. Ja, wir nehmen halt die Throne. Fliegen von der Throne auf die Fatal Throne. Ja. Ja. Ist so. Geh, jetzt ziemlich weit. Äh, drei Punkte nice. Egal, wir haben jetzt so viel Plus gemacht. Ist so, ich hab jetzt 93. Neun Punkte haben wir jetzt geholt, neun Punkte. Ich hab vier Snipe hier. 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 Oh moin. Und jetzt grad noch plus drei. Grad ein Zwanziger. Wenn das schnell so unjahr los. Fuck, ich, ich krieg Schaden, ich krieg schon Schaden. Ja, ich krieg schon Schaden. Ja, ich krieg schon zu der Fatal Throne. Boah, ich krieg schon Schaden. Boah, ich krieg schon keine Schaden. Oh moin. Drei Unter, das ist so weit. Ich geh straight, oder? Oh, ne, ich krieg schon keine Schaden. Oh moin. Hinter dir ist, glaub ich, noch einer gelandet irgendwo. er ist ein super zwei leute da gibt mir alles ist aber schon jetzt auch mehr anders und sind sie für die Chance dass sie mich treffen oder nicht einfach verkehrt das überlebt darüber erste decke wir haben uns zu hart gegeben wie sie kommen kann wenn ich kann ich habe auch wenn ich umfahre kann er holt mich natürlich er kriegt ja komm hier ein robo weil uns denn hier als das wenigstens mehr leben als davor denn jetzt so wir werden ja aus drei was du hast wenn wir uns gut sie kommen er denkt wo wir erst behältung und auch erste helfer und klaus mann die g2m die konnten nicht sagen sie haben einfach nur in die ecke geschossen hat nur der ecke stand ist ja der eine habe ich so ich habe ein schild genommen haben ja wieder meine leben gekriegt sie haben jetzt schon 14 punkte geholt junger als zwölf kills der einer märkungsmache zweck lukk besitzt immer noch aus übrigens jetzt schmecken ich bin mir vorhin mir steht noch immer dran wir sind beide bereit du kannst bei dir auch noch vorhin eingestellt ja ja wenn wir dann hier drei gegen den duo spielen hä was ist das für ein eine ja ja ich bin mit dem die 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 Ich hab voll den Buckel, aber ich bin immer noch ein Waddescreen. Herr Ernsthaft, du kannst dir mal auf abbrechen. Ich bin nicht da. Nein, ich will nicht. Ja, weil mit Trios spielen? Ja, Trios, weil ich auch. Wir haben jetzt schon so fett los gemacht, da haben wir es gern. Ehrenmann, Ehrenmann, Ehrenfrau. Hä, hat er mich nicht gesehen? Ah! Ich bin ehrenmann. Junge Rocco, wir haben so viel Pürs geholt, gerade in der Runde. Kriegt gerade einer Castle Crush. Ich. Ich hab die Healerin. Ja, das hab ich gehört, dass du die platziert hast. Junge, warum ist der Healerin? Oh Mann, alle gehen aus mich. Es ist die einfache, dass der Beob in dem ihrer Qualität Lorier aus passiert. Ist denn sehr, dass die anderen Getänt ist? D BMWerinnen und Odecke? Ja, du kannst ihn auch mal umbrauchen. Ich bin so weggeriert. Du kennst den Plan. Ich hab eine Goldkisse gekriegt. Wo ist deine Stimme? Weiß ich nicht. Weg. Ja, weg. Sie ist weg. Einfach weg. Arme und Sack und Feuer. Geht schon wieder mit deinen Vögel ab. Man hört die ganze Zeit. Hört man die? Ja, die hört laut. Soll man die hört? Ja, ich hör sie auch, wenn ich hinhöre. Jetzt hör ich sie nicht mehr. Jetzt sind sie auch schön. Alter, kommst du mal. Warst du Pum? Jo, auf jeden Fall. Wir sind welcher? Oh, ich hab auch ne Pum, blaue Pum. Ganz normale blaue Pum. Hab ich auch. Hoho, Headshot. 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 Und deine Pum kommst du nicht? Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Off. Er sitzt da mit uns. Und am Buschen gehen, kann man verhindern. Oh. Auch warum schießt ich denn, wenn ich einen Doppel? Uka von hier ist einer gelangt worden. Da wurde gelasert. War anders. Der Laser war anders. Der wurde richtig gelasert. Bam, Boni. Was hat der mit Pum kann? Headshot. Das war die Jägerin, die ich vorhin genossen hatte. Komm, die hat nur eine graue Püttel. Der Typ ist richtig laut. Hat ein 35er hier. Oh, über den Grab runter springen. Ich hab's gesehen. Alter, ich hab's gut, Junge. Ich hab fünf Kills, alleine hab ich schon fünf Kills. Hat jemand Sturm? Ja. Ja. Ja, ich brauch auch. Ich hab zwei Waffen mit Sturm. Ich hab fünf Zehn drin und Null zum Nachladen. Ich hab auch Null. Ich hab für beide Waffen Null. Warte, teilt das euch beide auf, Rocco. Warte. Warte. Ich hab's. Das war halt über meine Hälfte heiß. Deswegen. Nee, a-k-la, lad ich nicht nach. Da fände ich locker noch ein anderes Songgewehr. Alter, wir haben siebten Kills, ich hab schon sieben Punkte geholt. Loll. Ja, ich hab null. Äh, 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 äh. Guck mir meine geilen Leben an, wie viele ich hab. Chaco, sei auch hier. Ja, das wär leger. Jetzt kommt der Automat. Ey, wenn da jetzt einfach ein Chaco. Rocco, kann ich die Kiste öffnen? Oder öffne du sie und ich krieg den Chaco. Dann ist es nur eine Pump, äh, zwei Pumps drin gewesen. Und... Öffne und ich krieg den Chaco. Mal weg. Mal weg. Oh ja. Also geil. Ich wusste es, ich wusste es, dass noch ein Songgewehr kommt. Warte, warte, bei mir ist auch ne Kiste. Komm schon, Baby. Das ist der best game ever. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist der best game ever. Oh, oh, oh. Oh, ich hab ein Wignis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Ich wusste es doch gesagt. Einmal kurz für die Bambys. Komm schon, Baby. Das ist der best game ever. Oh, 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 oh. Was laug ich eigentlich? Du darfst einfach nur nicht springen, wenn ich sprintel. Denn dann... Habts wieder aufzuchten. Bittes und Bittasen. Ich hab zum Bittasen. Kannst du mir den Bittes mitbringen? Ja, kann ich. das ansatz und nachvollen Prozent und immer das Ziel geht da weiter und doch einfach so das war ein Sohn das war ein Marshmallow-Mann wirst du da ist der Unfall gewesen weiß das kann man das auf jeden Fall ich muss die Ruhe in der Form haben ja hier auf jeden fall gegner gerade wenn du da jetzt auf dieser kiste in schakusel sie ist dann rogo der alte gute biegel der alte gute igel zu eins von beiden luka ich dachte was zwei wenig doch genau das ist ein weißes genossen fußball skin er ist jetzt dass sie reingeflogen jaco jan ist ja gedacht du hast den beckniss das sind jetzt mehrere das sind jetzt mehrere leute dass uns richtig aussieht anschließend ich habe hinten geschossen auf mich war hinten geschossen ist egal dass du richtig ansnieden ich habe gesagt wenn wir noch auf diesen drei das habe ich immer in diesen zeit gemacht mal als mauer als mauer jetzt von da dicker von überall man es macht doch kein box guter und jetzt schon findest du das sind die besten kommt ihr mal bitte wir können ja da gibt es auch so und die man auch ist aber dann noch einer neuen eliminierung nein kommt ihr müsst euch beeilen wenn ihr mich hier wollen kommen ein paar und die augen was aber das so war hier ein paar und leute leute mich motten wacke komme ich mit auto darf ich jetzt nicht durchfahren sogar wenn die ist und wieder kommt es kommt es ist dann bei mir ich bin ja die guckte im 2er brennen an ich will wenigstens einholen ja denn das geht es ja ich habe mich doch gekillt das aber das ist das für ein dünner skin das gemein habe gedacht man sie sind bis ich weiß es auch mit deiner Freundin naja, irgendwie nicht dann halt mit deiner Mama ja 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 warum ich feiere die Bilder von Rocco, wie er immer so gießt warum keine Ahnung, dein Blick sieht da so komisch aus ja, ach ne ich gucke mal, dass eine Bilder irgendwo so gezeichnen kann, alter ich feier den Blick ich weiß doch noch deinen Blick in der Mayanschatz was weißt du doch der bei Leo hey Leute, wir haben so viel Plus geholt, alter wer kann kann, äh, dann für 5 und für mich 4 Maaam zwei Bärfer gehen auf mich dein Mike und ne Wurst und big Mami Mami ich bin mit ey warum war ey als erpferd ich bin mit ich bin ein paar Schäden Wie kommen wir gehen? Erdessen. Ich kacke nicht. Wenn wir weiter hinten rausbringen. Wieso zum Beispiel Lucky Landing? Boah, Joga, was sind Falte denn? Warum Falte, Digga? Ich kann ja den Highscore aufstellen. Und der Rocko Falte, gell? Nein, Lucky. Ich geh Lucky. Ich geh Falte. Nur, Rocko? Ich auch. Lacky Landing. Nach der Unterm, mach ich mal kurz was zu essen. Ich hab dich auch noch nicht vergessen. Ich hab grad schon was gegessen. Falte kommt auf jeden Fall Gegner mit Drago. Ja. Kira fragt, wenn wir uns heute treffen, ob sie zu mir kann. Boah. Du wolltest er heute bei mir schaffen, oder nicht? Leid doch, Rocko, du greifst mit Kira. Ich wusste es. Ich hab grad eben, da hab ich mit meiner Mutter geschrieben. Buka das gesagt. Dann bin ich doch noch nicht wem. Oh, das schmeckt's. Na komms zu mir, Rocko. Ich muss heute Abend noch meine Tante am Brot essen. Kommt dann Kira zu dir. Kommt dann, Kira zu mir. Ja, okay, du kannst noch vielleicht bei uns mit am Brot essen. ich schmecke ich jetzt kommen ja noch ok und dann geht es ja ob er hat man kann man um 30 er hat ein geutekampf der 2m 20 ist ein solcher gar dafür auch noch ein paar jetzt noch mal jetzt hat es mir gut die beiden da war noch wir haben es aber wie wir die angeblich werden wir haben es war das ganze Sport was hier war nur ich habe alles gut mann gut ausgutten Sturm und Niemesern er zwei Wochen nach vorne von uns gar 333 Schuss Baby, der wird geklärt! Der wird geklärt! Easy Clip Das ist wirklich so easy Clip, Alter Ist wirklich so, gell? Ja, was geht? Warum nicht? Ich feier's, wie du kann dann auch so immer sagen Ist wirklich so easy Clip Du hast aber noch viel viel Ja, hab ich auch Ah, da hab ich Was hast du, Mini, oder? Weil ich verweiten Southpacks Da haust du immer wieder deine Fecke Oh! Ich hab eigentlich Ich hab eigentlich ganz schön viel Schild Bad Lion! Also, wir sind auf Packs gegangen? Ja, der Vierer Vierer Ja Herr Rocco Hm Vielleicht kannst du da kommen, wenn du bei deiner Tante Ampo gegessen hast Ja, dann komm ich dann so Oder, oder, oder Rocco, du kannst ja schon zu mir kommen Und wenn du zu deiner Tante, ähm, ähm, muss, ähm, muss, da kannst du ja dann hingehen Bude, aber bist du so erdesmäßig Oh ja, man hat einfach so ein Metal, ne? Oder, Rocco? Ich komm dann einfach danach, Luca Ja, okay, 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 komm dann Ich hatte goldene Kampschrot Ich hab auch ne Gold, ne? Na, moin Ich hab's da aus'n Automat, ich hab's da aus'n Automat Fuck Oh, daZYG Wieіл, ich hab's auch Tante Ampo 's Miquet, du bist ein Academygist Miquet Miquet Huh? Hm… Hä? Wo is das Miquetin? Luca, was wäres du machen wenn ich Also, wenn ist diebie Чings Abdul, wäres du ihn ins bayern Kommt auf auf, kommt auf auf un Приball, mein das mitnehmen können Kommt auf..., wenn das mitnehmen könntest du denn nicht ich bin sehr schüttelte erbauten beliebten nein ich weiß dass wir den mitnehmen kannst wenn du soll sie gelassen ist was ich in trinken wenn du mitnehmen kannst du ja achten würde ich nur trinken aber wenn du platz hast wie jetzt wenn du platz hast wenn du ja wenn man hat da wird es mit dauerlichen mitnehmen korrekt korrekt alter Rock, wir haben schon wieder fast Plus geholt witzig ja, richtig witzig wir haben noch keinen Plus geholt ja, bei mir auch noch nicht wir brauchen bei mir noch zwei Kissen bei mir brauchen wir noch eine bei mir auch, dann haben wir aber gleich ja ich will die Punkte holen man ja wie viele Punkte hast du? 190 ich hab dich ja schon fast eingeholt, Luca ich hab so fett Minus gekriegt, ma 150 von woher her ist das ist gegner sind welche Gegner hier beim flachefeuer heilige Scheiße, was seid ihr denn? guck mal, was war meiner meiner Solo hallo ah, ich kriege es nahe, danke dafür jetzt hab ich noch aber ich bin nicht ganz schön, denn die Scherbke ist gut wir haben uns hier noch einmal nicht, dass wir mit Familie voll nehmen ich lass mich so weit vor mein, der warte mir abgestiegen ich hab ich bin vollkommen drauf ich bin vollkommen drauf Mann Digga und is connected nicht nein, Joga, bitte warte man da noch gefilischt, bitte wo ich hab auch noch eingeholt ich hab auch noch eingeholt ich hab auch noch mein, der war vielmehr ich hab hier kürz bitte warte nicht wie weiss, Junge da wird kommt wie weiss, du kommst wieder da nein wir sind 500 Meter weg ja wir kommen euch mal weg einen können dich vielleicht schaffen ich glaub nicht das hat eine Siege für dich wir werden eine Siege für dich ja das sind die blind ja jetzt wohne ich noch ein paar Punkte so viele so viele so viele so viele so viele was mach das nicht los macht das die mich pushen bin ich tot gepuschen gepuschen m die sind bei den neuen am den einen ist sie noch und könnte es ja wie er wird es das ist das ist ein anderer der Eiter wird sehr viel reift ich finde es hier jetzt nehmt die Pum, nehmt die Pum die war aber lustig, die rotere Dorn, äh die sind realer ja, ja, wirklich lust find ich an sie hatte ne Pum, kann man holt ja das nicht mal schock ich so Alter, das ist eine nice da haben wir wieder Plus geholt 149 Punkte 6,2 wir haben für mich auch Plus 1 geholt ja ist so, für mich haben wir schon eine Wütze ja ich mach den Stream kann ich mal anderthalb Stunden hm Alter, ich muss meine Waffen dann unbedingt nachladen ich geh wieder nach Baden hier in das Feld geh ich trotzdem rein und lad meine Waffen nach oh, Alter das ist neidbar close, gell das ist wirklich so und die Tech, ne musst du nicht, die musst du nicht machst du deine Inventar-Zotierung, oder Rocko? ja, das ist immer so ja, das hat das eigentlich ordentlich, denke ich mal ja, ich spielte ja Sturm, Pam, ähm, SNG und dann halt hier und dann die Sniper ja, wenn die Sniper, sind sie hier? ja, so mach ich's auch wenn er näher ist, wenn er näher kommt, Rocko äh, Janis mach ganz hinten immer die Sniper immer die Sniper ich auch das hab ich von Till, das hat mir Till immer gesagt mach immer ganz hinten die Sniper na, ich auch oder dieser Baumdäger machte kaputt nein, das ist dumm wie weit kann ich da bis auf den Berg? ne, wir kriegen bald diese, ähm, sechs Punkte da ja, denn ich will ja jetzt abwarten, abwarten, kriegt man die was, acht acht alter, komm schon hast du dir jetzt hier selber abgekriegt, alter ich hätte verlacht, Junge es war ganz ehrlich, wenn er no scope ins Bild macht und er gibt den Headshot, also, Hacker oder Rocko bruder, er kämpft aber auch immer hier sag ich so naja ja ja jawoll jungen, wir haben alle Tome plus geholt, Junge wir haben plus wir haben plus äh, sie für mich haben mir plus sieben geholt ho hoch oder hast du so was gesehen, Kat? das ist mir nicht wahr wie soll das krass kannst du nicht hey warum bist du gestern nicht mehr umgekommen, Oko, ey Yannis keine Ahnung Bruder was ist denn das das fackt aufgeschleuert 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 Das ist ein Bombencamper. Hä? Hä? Da war doch einer oben! Hm! Fresse! Was ist denn das für Sprints, Alter? Alter! 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 Das ist der beste Sprints! nicht schon tun ja oder was ist denn die plus 6 bekommen oder vier haben ja schon ich habe 155.000 Prozent von der Bühne 910 mit dem Buch ich habe heute sehr gut von der Zehnbäckung und er geht macht aber geht eigentlich mit die beste Waffe im Spiel das ist ihre lieblings das gibt es noch nicht einfach immer was ich sage ist auch was übrigens dings augen war schon hier ja dabei ist ein und dreißer vier alle drei aus dieser türo im wasser wäre ja noch geholt die vb auch junge jetzt muss aber auch alles weiter die Schokob ich die 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 ich bin mal kurz weg, komme gleich rüber Hmm, Zucker bereit! Prozent um und auch ich sehe die Leute kann es nicht mehr als war nun sieben Jürgen und da muss man die Kreuzfahrt in den Mittelpunkt in Bad von Anfang der Klammern vor allem Leute ja das ist ja noch nicht da dann lassen wir ein bisschen brechen oder so würde ich sagen oder es ist egal wohin wir müssen ich so viele punkte jetzt immer holen alter ich hoffe mir ich werde doch schädigstiger und ein bürger haben die zahl haben die zahl ich bin kommen morgen ich wollte nur sagen du bist gerade in der aufnahme ein zählen auch hier ist ja mal ein leichter gert auch grüne pappen was ist da los nachschauen waffen ich habe was ist da los der grüne pappen st die gegner facken aber auch abgeben nur bei mir sind zwei gut hier ist einer doch der Schild hat man da kommt man will grüßelig noch ein Grundeinig wenn er bei dem Weg man kann uns auch gut ja zackst du nicht auf pc e ja das so der dr anbieter und alle dorsten nein 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 so schnell kann man nicht weg sein er gibt einen hit headshot, hit headshot, da bin ich weg, alter er ist aber auch dämlich, Digga und er ist bester, alter, der Typ, Junge wollen wir ein bisschen kreativ zocken ja, das finde ich schon wieder ja, das ist ein Team oder so, Kreator-Team ja, Team meint ich ja ja, ok, ok und guckt Julia wieder zu noch nicht ja, der ist in Urlaub ja, ja der Toten, nachschau seit meiner Schichtacht macht es nicht ja ich tritt bei äh ich den der der drei der die 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 doch auch filmen oder ihr wart Schocko? Ja. Hast du mich auch? Keiner. Ja. Aber Janis. Mhm. Aber Luca. Ja. Ha. Du warst doch gleich ein Live-Stream. Ich hab dein Live-Stream gestern nachgeschaut. Ja, fünf Stunden, gell? Ja. So, ich bin gleich drin. Ja, ich hab grad in der Kreativ reingegangen. Habt ihr auch öffentlich? Ja. Ja. Kapital. Nein. Kapital. Ich mach' nicht. Ich tritt nur bei. Ich mach' ne tonwurst. So, muss ich in meine Welt gegangen. Ich will mal wieder die Pako machen. Superfalsche Seite. Ist doch egal. und auch die Welt er ist so wegen WUKA und du bist mit in meiner Welt Welt rein er guckt wie nr hier gibt es immer wieder und ich will nie und sie sagen und das ist ja keine Ahnung was ist ein Engländer und die Leute so gut englisch ganz guckst du dir ein Engländer an er hat ihm etwas schattet mit mehreren haben an den mann alter das ist doch mal ich kann nicht weg Digger wegen Netzwerkfehler nicht mehr in der Partie da kann man ja kann man erst da ein Lieblings das anders kommen auch ein wird erst mal meine Parto machen heute aber wir haben einen Zeitraum oder bei Marokko oder weil wir schon mal ein Leben zu haben aber der letzte am die 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 wohl um und und jetzt noch in den uns in stil in die langen wo die dort vortrag spiel starten Redstone. Lade mich mal bitte ein. Was ist das hier für eine Map? Hä? Wo seid ihr denn jetzt? In der anderen. Hier ist sie ganz links. Bin ich schon in der Faltchen drin? Ach hier. Piep. Let's go. Alter Junge. Was ist denn? Nur Geist noch gestern wo du dein Freund. Wenn du deinem Stream gepost hast. Das hat man wohl auch noch gehört. Das hat man wohl auch gehört noch. Das hat man wohl auch gehört noch. Das ist ja noch das Feindliche. Ja, du bist gestern. Ich hab dich davon eingeladen. Nochmal, es ist weg. Ah, jetzt. Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Bereits. Beiträger. Oder wer ist denn das? Alter. Der Spieler ist so dreckig mit der FG. Der Spieler ist so dreckig mit der FG. Der Spieler ist so dreckig. Sie hab dich nicht mehr. Seit wir alle 3, die sich Science Genbe habt. Ja. also klar Janne die zweite große Angelegenheit bis jetzt schon Lattes Klin ihr werdet gleich so auseinandergeflext doch schon mit und er ist ja erst in den Namen der ich ja ich ja ich ja ich ja ich glaube ich Wiesel nur Wurst die Wiesel und was kann ich weiß er ist noch mal ein bisschen so jetzt bin ich da er kann kommen ganz links in die Welt so muss Töte ist so aus ihr die Kultnischer Wichtel zum Beobachten das bin ich die Gäste nicht so gut alle oder aber ihr was soll das hätte ich doch und damit oder schießt oder ohne die sollten da klar 1 die hälfte er ist es anders er hat es auch in deinen Hosen verkackt er ist echt gelb die gelb auch machen nun ja in der Nähe schadet genau und dort ich bin so wohl der in der Sprung der Bauch von ganz hoch und dann noch mal extra hoch und um Prozent die aufreist ja so jetzt sind jetzt erst aus der Hosen hat hatten er wird die Blut schulde er ja auch er hat mehr heilig ein erledigt ist das aber kein Ding für den King, ne? Was ist das, den ich da ja abpfülze? Ich... Ja, ich will schiesse schon mal runter. Digga! Mein Laser ist da. Ich glaub, Lilly hat keinen Bock mehr. Junge, wie's leckt! Guck sie an, wie du kann nur runterschießt! Ne, wie lebst du nur? Ne, oder? Ah! Ah ja, gell? Er hat mich so aus, wenn du das nicht mehr gefleckt. Wie bei Jens ist einfach alles immer connected, weil wir null eigentlich haben. Ja, bei mir auch nicht. Jetzt hast du nur gar die kleine Bombe gemobbt. Ey, trotzdem war ich erst da. Äh? Ja, ich hab zwei Kills gehabt, und... Was? Freust du dich jetzt so? Lecks bei euch auch so hart? Nuh. Nuh. Also ich hab 25er Pink durchgehend. Da war es leckend. Ich kann halt nicht sprinten, weil ich... Oh, sowas regt mich zum Beispiel auf, alter. Mach mal ohne APG oder mit APG. Oh, ne. Okay, warte, dann fahr ich so schnell weg. Du kannst mit spielen, du bist zu kackig dafür. Nein, nein. Mann, ich komm nicht aus der Zone. Ich kann nicht aus der Zone sprinten, Digga. Hab ich so viel Shred Damage gekriegt? Oh. Ah. Ah. Wer hat denn den Headshot da kassiert? Wer ist das hier? Das ist hier. Das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Digga. Siehst du's? Ich guck dir nicht zu. Musst ihr ja auch mal in die Zone, Rocco. Erhörbar. Das ist toll, was ich habe. Näh. Bäh, bäh, bäh. Ich hab gedacht, der sieht dich nicht. Nee, der sieht man. Ja, sieht natürlich alles. Wieso, mich getrappt hast, alter. Die Zoomer wunderbar und voll Richtung. Alter. 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 Das war's. Das war's. Ah, mein C. Mein C. Ah, es hat wirklich weh. Hä? Digga, muss ich ganz schnell. Prost. Let's go. Let's go. Ja, safe. Er holte dich also noch. Nicht. Hab ich auch gewinnen. Nein. 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 Da hast du ein Video für ein Deckpack gekauft. Das ist das einzige Wahre zu dem Skin. Hey, das ist schwer vom Wolf, was auch dazu passen. Ja, aber das hab ich nicht. Ach so. Ich hab das. Komm doch an. Ich hab's. Mach mal ohne Kanadswerfer oder miss. Mit was? Mit und, äh, äh, mit Kanadswerfer oder ohne. Mit? Mit was zum Waffe? Kanadswerfer. Nein, ohne, Digga. Obwohl, mich interessiert jetzt eh nicht. Ich hatte nämlich auch einen, aber ich muss da irgendwas wegtun. Okay, geht schon wieder auf mich, Alter. Habt ihr es jetzt mal? Ich bin weg. Ich bin ganz schnell weg. Mann, der ist auch schon wieder einer. Ich kann nichts machen. Es ist wie Ball welcher. Letzt es aber. Oh, na, auf, oh, oh, oh. Oh, nein. Hä, ha, 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 ha. Hä, ha, 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 ha! Hä, ha, 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 ha. Blüter muss ganz drinklos. das war so schlecht, Tanja, ich hab so schlecht gepiekt, Digga Warte, wer hat mich geholt? Ich nicht Mokko, ne? Ja Oh, Digga, ich dachte, ihr habt keine Sniper, ich dachte, hier gibt's keine Sniper Mokko? Ja, warte Hast du kein Jumphead? Okay, das war gut gespielt Dann wie das Beste bauen Es ist jetzt hier nicht, Alter Jawoll, Luca Ich wollte es aufbauen Lass da mal ein paar Bonny-Ons machen Ja, toll, da beziehen mich ja alle inbauen Weil ich nicht in Macht bringen kann Hey, warum kannst du nicht schliesslich? Mein Gott, weil der Kontrolle es rottet Man kriegt halt den neuen Wann? Weil du kannst heute Nachmittag arbeiten Hey, warum? Ich war der kaputt ist Er hat aber einfach so Ja Warum nicht? Tick-Tick-Tick-Ar scarf-fut Ack, guck mal Okay, glaube was wir machen, was wir gerade net never were was wir gerade net never were was wir gerade net never were tauke personen 죽turven Ich habe die vom silen Sommer-S่abend towrvers H temas Stanford-G�� lachen ja ja Luca, das habe ich mal ernst gemeint, dass jetzt alle gelacht haben okay, den Luca ja nicht oh, Luca ja nicht ja, warum lachst du jetzt, Luca? ich hab's gefallen, wie du gesagt hast und wollte ich grad weiß, aber bei ihm ist ja, ja weil du hast ja schon wieder vor Anfänger, Alter komm, du wie jetzt rauskrieg 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 ach, Luca oh ne, Luca, das ist kein Block mehr lüge die du er trägt grad was ne, mach hin ja, los weck ihn, oder bau ihn von der Zonenau oder warum hab ich dir das glaub nicht getroffen, ich war drauf oh, der eine從 von der Hof mir, oh guck Gott mir, alter äh, schon heftig, ne ja 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 äh 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 was geht es gibt ja irgendwie so es gibt ja irgendwie so nahe so nahe Aktion dass man der Kontroller kauft und dann irgendwie 2000 die Bax bekommt oder so herr war ja das ist ein Vorteil Controller bis zu wie man den Kauft was gehört also nicht das ist ein das schon wieder alter er gibt es schon wieder zwei karl ist alter in der Kalle hat der junge alter hat der Typ jetzt mal, wer das ist, Alter. Da sieht man schon wieder, dass Laserwaffen besser als AK ist. Das war ich mit Blackscore. Ja, ach, Laserwaffen sind ja auch besser als solche AKs, Digga. Lieber ich AK, Alter. Boah, AK magst. Boah, ich war so ganz an der Wand. Das... Das ist ein Wohlstand. Hör Junge, jetzt ist der hier unten. Ich hab doch gesagt ohne RPG. Wabbel, wabbel, wabbel. Hä? Hä? Warum bin ich Eifeltät? Gut. Ja, was war das? Das war das Tick. Ja. Also. Ich glaub mir, sehr alter. Ich hab doch. Ich hab doch noch mal, blablabla. Da hab ich doch noch mal loslös. Hm. Buda. Da kam da ja ein Teil, auch nicht glaube. aber jetzt will die die jungen mann der ist aber nicht mehr abgeladen Digga, ich hab mir das ständigste nicht getroffen was ist los mit mir? Ich triff eigentlich hier einen Shot ich kann die scheiße als AR nehmen ja mann ja Weihnachtsscheißen Jena, ich mag sag mir warum Besse ist so hohe äh du hast du verabschiedet ich soll es nicht hin, das wird schon nicht getroffen Leute kleiner Typ macht nicht so viel so viel Scheiße im Stream ja weil sonst hat jemand von euch ne Steinstoß ne ich hab ne Diegel ne Altsteinzeit ich komm raus man ich hab dir wo du rausgekommen bist instant hat Scherz gegeben ja da sieht man schon wieder, dass ich keine AK spielen kann ja das war mein AK Junge rupf 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 die Witz rupf er sind das dahinten er er war er muss ich dich mal gut an könnt ihr mal bitte nicht alle auf mich gehen und gerade erlosen bastarde weiß nicht wer wer ist der ball der leichter spiel vorhanden ich bin vor der fahrt ich finde ich ja der art ist mit ein alter aber der Leiter war wirklich sie wie er uns war bei dir Rokko ich hab das auch da nein der ist nicht erkannt was wollte der Mann wollte sich ein Chak-Chak-Chak und ich hab ihn abgeschaut Rokko der liefst Rokko ja ja er hat es geliebt warum er spielt jetzt er hält er wird komplett raus der ist jetzt so los aber er redet noch über Portion herrschen Prozent 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 Kessel und ist doch gut und so ist gut bleibt das liegen was ist das ist ja nicht Nix was soll sein? Leute, mir läuft gerade zapp aus dem Mund. Das interessiert mich gerade überhaupt nicht. Komm, Geisterhild. Der Janis. Räscher muss ich machen, da darf ich mich hier hin. Darum sieht der Geist, ja. Okay, der gibt es alles. Oh! Janis, Alter. Der Lechte, Junge. Mh, schmeckt der Schlaffsaft und die Minis gut. Okay. Nein! Wie viel HP hattest du und wie viel HP hattest du, Junge? Ich habe Power's Akul gekillt und er hatte noch Minis. Luka! Ich habe ihn ungefähr zwei Headshots und einen Hit gegeben. Wer ist die Drohke jetzt Solo? Keine Ahnung. Rokko! Leider nein! Nein! Hä, warum? Hä? Bin ich beigetreten. Hä? Das passiert. Ja, ich bin... Blau raus ist ihm beigetreten. Fuckin, scheder Maul. Fuck! Flan... Blan... Blan... Rocco? Blan... Ah. Blan... Oh, Rocco spielt jetzt etwas Crocokeige. Nein, das ist schon draußen. Okay. 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 I'm up real quick. .. ... ... WHABMYA W varias occasion! Haha. Wuppel 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 Irre genommen Ich will in Team Grappe oder in Team Bär. Ich will in Team Bär. Team Grappe. Weihnachtswurst. Weihnachtswurst. Du bist weg die Scheißen und du bist doch drin. Erzähl bitte noch mal den Witz mit Onkel Fritz. Ich kenne den Witz von Onkel Fritz mit Onkel Fritz. Ich weiß ja, den du auch sagst. Oh, Schein. 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 Deine. Auf jeden Fall hat ja gerade Iconic-Tanz jemand getanzt. Doet Marcus weg. Ichllanfisch. In-M Burn. Er kommt hin, äh. Weraggi derackige ist? War ein Witz von meinem Onkel Fritz, der in der Bade sein Hüsche unsicher gespritzt. Orko ist Paus DJ, ne? Oh na, die sind so fettzäck, Alter! Die sind so fett low, Alter, wie so ein Fettzäck, Alter! Da hab ich grad ne Schick. Ich sag, Alter! Heck mir den vier! Leo, kannst du meine Card bitte holen? Du hast guten Loot, eigentlich. Wer? Du! Wer ist du? Ich auch, hat er auch gesagt, glaub ich. Läuft. Da connectet alles. Hä? Mein Warner. Was? Wenn irgendjemand bei der Card und die ist, ist fast weg. Fast weg. Huch. Huch. Sorry, du. Janis, bitte, er hat 23 nur noch, bitte. Ich bin nicht so schnell, wie du weißt. Ja, ich lebe bitte. Leg den Typen ab. Entschuldigung, ein Hit nach. Nein, es ist mittlere Eintage. Reichts von dir dann, reichts jetzt, reichts. Ja. Kommt ihr bitte, ihr Würfchen. Komm, Wako. Ja. Alter, sorry, wir wollten vorhin. Ich bin in die Bäume hier rein. Lukaku, guck uns mal zu. Ich seh, ich hab schon geguckt, heute. Weihnachts-Wurst. Könnt ihr mir mal bitte erzählen, warum ihr beide so lost seid? Ja. Digga, mein Loot. Mann, wo ist mein Bugler? Frau, kann's vielleicht meine, äh, äh, zum Bus gehen einer, Janis, du? Nee, ich kann das nicht. Wow, siehst du mein Loot? Guck dir mal mein Loot an. Ja, ich hab das schon gesehen, das ist heftiger Sache, Alter. Blauer, äh, äh, blauer Panzergang, blauer Trommelgewehr, ja, ich lass' gar. Komm, Wako. Guck, wie viel zu dich jetzt, wenn Wako abgebrochen hat. Hatte eine von euch Minis? Weil ich auch Minis haben kann. Schießt jemand auf uns? Tanker. Das sind zwei Leute. Ja, ich brauch erstmal ein bisschen besser Loot, wenn dann kann ich helfen. Ich boogie-bombe sie. Ich boogie-bombe sie. Ich komm, ich komm. Ja. Na, gibt's ja auch den Loot. Oh, das ist Schaldi. Ist das die mit Schaldi-Milch hinten drauf? Ja. Kann sein. Alter, ist das Freihard-Druck. Ich war also anders Loot. Ey, Alpha, komm mal her, ich hab Bandos. Sorry, Luca. Ach, Alter. Äh, äh. Blau Pump, mein Freund. Hallo. Lasst Luca ruhig am liegen. Levi, Levi, komm mal her. Hab ihn noch Mini für dich. Dankeschön. Kai, wie fühlst du dich so gerade? Ey, hör auf! Oh no. Hier sind welche, Digga! Hier sind welche, die du mit Kind! Junge, danke! Bitte! Hier bin ich Leo! Hier! Alter Junge! Ach nee, ich litte erst mal. Ahaha! Wenn ich jetzt ne Bugi-Bombe werfe, Digga! Haha! Du kannst da so wenigstens mehr leben. Warum liebst du? Er ist echt los. Hä? Marco! Hallo! Hallo! Hey, Luca, wie los bist du, Digga? Ich wär ja jetzt zum Auto gegangen. Habst du deine Karte eingesammelt? Geht noch? Ich glaub, Luca ist ein bisschen angepisst, dass du ihn nicht viel läuft hast. Ja schon, aber... Das ist doch viel schlauer, dass er dann 100.000 hat. Das hat ein 20er-Hit. Hier kommt ein Pusher, komm! No! No! Der ist so lost, also... Das ist echt ein Unglück, falls man... Boah! Ungelblich! Luca? Ja! 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 Dann halt dich! Hau auf den Bergkampel auf uns! Ich glaub, wir haben ihn zu doll gemacht! Von der Slow-Level! Und da ist wieder ausgeklagt, und dann bin ich in den Bergkampel gerade insgesamt Das ist jetzt hier drin. Ich hab' noch drei Verbände für dich. Hm? Da kommt der noch! Ich hab' jetzt raus! Ne, ich mach' dich aus! Ich hab' ihn zu Schatz gegeben! Hh! Ich hab' ihn zu Herrn Schatz gegeben! Hh! Ah! Ich hab' ihn zu Herrn Schatz gegeben! Also, der hat jetzt Krankenhut. Oh Leute, sorry. Ja, wenn Luca, da hätten wir es geschafft. Aber Luca ist ja so dämlich und verlässt. Luca ist ja so ein Onkel Fritz. Der weg ist der Bade und man sitzt. Oh gut, denk dran an das Zebraherr Fritz. Was ist das Zebraherr Fritz? Geil. Mit dem geilen Spiel. Ja, auf jeden Fall. Gucken, ich muss es mal anmachen. Weil wir wollen, wir wollen machen. Ja, ne. Das Trio spielen. Ohne die Wurst. Ohne Lücke. Ohne mehr Onkel Fritz. Ne, wir nehmen mal Elito Wurst. Oh, du Götter und... Nein, ich nutze ein Reisier, ein Ventilator und ein Reisier. Was ist denn jetzt ein Luca los? Kauft mir jemanden Wüsten-Dominiererin. Was ist das? Rocco. Was ist das? Rocco. Was ist das? Waaah. Von wem kriegst du die Skins geschenkt? Hä? Vom PC. Von? Von deinem PC ins Geschenk. Doch, du bekommst immer mal was geschenkt. Ja. Von schärfst du. Der soll mir die Wüsten-Dominiererin checken, der asozialen Spasti. Janis, ich bin jetzt 50 Vokal über dir. Was, Junge, du Hecker? Ich hab' ein bisschen mit dem Onkel Tick gespielt. Ich hab' mir jetzt aufbekommen. Ich hab' mir jetzt aufgehauen. Wie viele Punkte habt ihr? Ich hab' mir die ganze Zeit mit Onkel Tick gespielt. Ich hab' ich 98. Ich hab' ich 98. Ich hab' 2.34. 4. wo er soll man in london hier ja auch nie nach kontrol das land und in alle leute alles erliger ein feier sind die roboter irgendwie dann die hinsicht hier Kronen werfen, wenn die gegeneinander kämpfen Weißt du was sie feiern wird, oder? Würden die Roboter die sich in Drachen kämpfen oder so Ey, hier wollte ich landen, du kleiner Jack Boah, ist auch keiner mehr oben geworden Ey lass mir bitte die Kisten hier drinnen deiner Code, na schon Mann Junge, jetzt lass mir doch oben mal was, ey Ja komm her Na, die kann ich die MP wieder haben Ja Die ist noch ein Busch für dich Ne, der passt aber Obwohl, der sieht man super geil aus, den Busch, den Kugler Ich nehm den Kugler Was tut denn, ne, hier Ey, jetzt hast du den Kugler runtergeschubt, Junge Mein Auto macht Alter, in die Dach auf Hier kannst du hart, brauche ich nicht Ich bin so dumm, dass man im Kugler nicht Sachen tauschen kann Hä Sven Wechseln Auch kann Sachen machen Ich bin so dumm Nein Ich bin so dumm, dass man da wirst Aber ich kann das nicht nicht umgekehrt werden ich will aus dem Karten Antomotor es ist toll wie auch ein Konzert feiert aber ich finde es auch toll dass wir jetzt Trio spielen mitgekehrt die Form hat richtig viele Punkte wir haben schon 10 Geld ja also ich habe ich habe nur ich habe 8 2 das übernehmen weiter kurzfristig kommen bevor die gegner kommen ich habe auch gerade alles ach man jetzt ist da nie gewesen ich nehme ja ne wie komm ich näher runter die bauen nicht sonst runde habt doch schattenkanaten sind die hier die laufen jetzt hoch so geht ihr also bei jürgen schüttelst bei ich habe eigentlich die geistung die kennt gar nichts die sind und schwarz ist unterschiedlich user ich komme aus wir haben die an der schweifte hinter dir ja erstmal finnisch finde ich den jahren ja wenigstens hat mit den kids das geht ja noch und die gar nicht schlecht ist so ja das ist das normale studium stadium wenn man ein piste jetzt auch bei muss man es wirklich nass in der wochen man auch bei jemanden füßen dominiererin ich wollte aber schenken aber wie viele wie man das muss man los können das vier und wird und Luca? Ich hab tausend, ich war aber nicht, bitte passt. Ja, gib mal ein Hellschatz, hat 6 kills, Junge. 100 6 kills hat ich. 6 kills hat ich. 6 kills? Ja, 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 ja. 8 kills. Halt ich gerade mal 6. Ja und sie hatte 8 kills. Ach so stimmt, du hattest ja dann noch nen Trio geholt. Nein, ich hab dann noch nen 4,5 kill geholt. 12 kills. Weil das ist auch 4,5 kills. ...ja, das kommt mir mal zum. groß ist was sie tun sie haben umgelegt ab dem sein und sehen mit dem zu viele Punkte Nürnberg immer zu mit den Umweltschiffen ja und der Klimawandel die Städte mann gut sie an die Hälfte ich komme wenn er gegen die Hälfte an Brücker es ist nicht einstieg und geht um die sich deshalb der jetzt schon wieder er hat nur nun kann er jetzt haben wir nun auch bei Worte Worte er sagt Zweiter? Oh oh, Leute, ich bin gleich tot. Äh, Dritter. Ja, ich hab gerade Trio geholt. Ah, 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 ah. Ja, wir sind nur immer, Luca. Was willst du das schon mal tun? Oh, meinst du noch ein Crack? Ich verfolge der Hauptbüro. Ähm, ich hab jetzt so 160. Du, Levi? Ich hab jetzt 129. Äh, 229. Wo, Levi? Ich hab jetzt 1000. Ach so. Wo ist einer, weiter? Geil. Wo bist du? Oh, Elita-Agentin, hobs genommen. Digga. Neu, ich hab grad nicht gewählt. Ich hab mein Arsch, juckt. Okay. Das wollten wir jetzt nicht wissen. Ach. Ich hab das ganze Koba. Alter, wie jung. Mein Arsch, juckt. Mein Arsch. Mein Arsch. Leute, das ist dann alles auf YouTube, ne? Da. Und? Ich hab vor wenigstens ein paar Abonnenten. Ist das von der Kaut von Luka oder von Lüchtrein? Luka. Von der Luka. Ja. Sie gehen raus an Erdnest. Da ist einfach kein Jakob. Erwärts. 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 ein guter was ist da falsch bei denen heilig weg ja er gibt den schalte selber hübsch nochmal schalte selber hübsch neuer der guckt irgendwie an jemand der ist cool der junge lecker jetzt auch ich tiktok heute ich bin das Miss Arena Solo dieser Geldschein kann wigglen ist euch schon mal aufgefallen dass dieses seltsame Lama eine wirklich wichtige Rolle in Fortnite spielt das Ding ist sogar auf den Geldscheinen vielleicht war es mal Präsident außerdem gibt es in Fortnite scheinen nur Hunderter Scheine mit denen man hat einer von euch noch ne Pan ja ja das ist auch die liegen noch 3 Paletten ja das war nur ne Steinstoß das heißt ных Luka und sagen wir mal ganz ich glaube nichts zu kaufen aber egal Näh, ne. Ne. Das hab ich jetzt. Äh, er hat auch was gemacht, jetzt hat er wieder. Entstimmt. Ja, weil er mich auch gestimmt hat, ja. Hatte er. Ich will ihn ja nicht mal. Oko, ein Schwebendorf! Alter, alter, alter. Ein Hetze. Jonas. Ich hab mal alter Junge ab. Was ist denn nur? Ich bin unter nen Schwebendenbusch. Ist wirklich ein Scheißdreck. Wer ist das denn? Ah, Junge. Hier ist ne Pammelschrotflinder. Was? Ich leide auch. Mann, du Vieh. Ey! Komm, komm mit. Wie in dem Busch einen feiern muss. Da hab ich den Weg hier. Leider. Leider wird der ist immer. Ich hab'n Schack, Schack. Zum Fels. Hey, hier passt man nicht drunter. Hey! Was ist dafür zum Fels? Na, du auf jeden Fall, Janis. Ich bin dünn wie ein Lauch. Ich bin dünn wie ein Lauch. Und schmeinzig sexy. Ich bin dünn. Ich bin dünn. Ich bin dünn. Ich bin dünn.